Mailing, Werbemittel und Verpackung bilden das Geschäftsmodell der Mailing Manufaktur GmbH in Röbel-Müritz. Ein hiesiges Unternehmen, einst gegründet in Berlin und bis heute mit einem Büro in der Hauptstadt. Produziert wird ausschließlich in Mecklenburg. Spezialität sind individuelle Verpackungslösungen, die ein Produkt gut verschickbar machen, beziehungsweise erst richtig präsentieren und einrahmen. Ich sage meinen Kunden immer, ich mache euer Produkt teurer. Nicht günstiger, sondern teurer. Das hört erstmal jeder gerne. Natürlich kostet die Verpackung auch etwas, aber die Verpackung wandelt etwas, stellt etwas dar und kann eben dazu beitragen oder wird in den meisten Fällen dazu beitragen, dass das Produkt besser abgekauft wird. Sonst würden wir gar nicht so viel Verpackung haben. Wobei unsere Spezialität Printverpackung sind. Also das heißt Verpackung aus nachhaltigen Materialien, ohne Zellofanierung, ohne irgendwelche Chemie, beziehungsweise Plastik. Produziert wird in einer ehemaligen Kaufhalle. Zuverlässige Maschinenveteranen tun hier noch ihren Dienst, werden aber auch durch moderne Technik ergänzt und ersetzt. Diese ist selbsterklärender in der Bedienung und flexibler in der Produktion. Auch für analogen Output in Papier und Pappe sind digitale Werkzeuge heute natürlich Standard. Neuestes Projekt ist der Online-Konfigurator Easy2Pack. Die Kundschaft selbst kann hier rund um die Uhr Wunschverpackungslösungen für ein Produkt einfach von zu Hause oder aus dem Büro gestalten und bestellen. Im Prinzip wird der Kunde von Anfang bis Ende zu seiner individuellen Verpackung durchgeführt. Das heißt, wir nehmen ihn dann die Hand und sagen ihm gleich ab der ersten Abfrage, was möchte er verpacken, wie möchte er es verpacken, was macht sein Produkt nachher am Ende besonders, wie können wir das dann umsetzen. Und da führen wir ihn durch, Schritt für Schritt für Schritt. So findet viel schneller und unkomplizierter eine Idee ihre Umsetzung, entsteht eine individuelle Verpackung in professioneller Qualität. Gefördert wurde die Entwicklung des Online-Konfigurators Easy2Pack aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Auf der einen Seite boomt verstärkt durch Corona der Online-Handel und damit auch die Nachfrage nach Verpackung. Auf der anderen Seite bremsen die globalen Auswirkungen aktueller Krisen nicht nur dieses Projekt, sondern stellen das ganze Unternehmen vor ungekannte Herausforderungen. Ja, richtig klemmt es eigentlich an dem Werkstoff Papierkarton. Der Konfigurator wäre schon im letzten Jahr fertig geworden. Durch Corona und auch durch den Krieg haben wir auf einmal etwas, was sich keiner vorstellen konnte. Wir müssen zu einer Lagerhaltung übergehen. Früher habe ich Just-in-Time bestellt, am nächsten Tag war die Ware da, die wir dann verarbeitet haben. Jetzt ist es so, dass wir allein in diesem Jahr schon zehnmal oder elfmal sogar eine Preiserhöhung hatten für bestimmte Kartonagen. Dass die Kartonagen nicht vorrätig sind, nicht lieferbar sind, es auch nicht gesagt werden kann, wann geliefert wird. Beziehungsweise die Kartonagen noch in der falschen Faserrichtung, also der falschen Laufbahn geliefert werden. Oder man nimmt sie einfach nicht. Also das heißt, ich habe den Nutzen, der für den Kunden entsteht, indem ich mehrere Fallschachteln auf einen Bogen setze oder Printerzeugnis auf einen Bogen setze, der schwindet. Dadurch wird das Endprodukt auch immer teurer. Und ich kann nicht einfach wie bei einer Schraube einen Prozentsatz der Steigerung hinterlegen. Bei uns sind es ganz viele Komponenten, die da reinspielen, damit ich den Konfigurator auch wirklich wettbewerbsfähig mache. Starten muss der Online-Konfigurator deshalb zunächst mit Einschränkungen, was Individualisierbarkeit und Preisplanbarkeit angeht. Das Team der Mailing-Manufaktur GmbH in Röbel steht aber natürlich nach wie vor parallel per Mail und Telefon zur Verfügung.